es wird Diamantenmine nein, was kommt noch alles auf mich, du? ähm, ja ich brauch ein Fahrzeug ich brauch ganz dringend ein Fahrzeug hab ich nicht da einen stehen lassen? doch komm schon ich kann auch nicht schneller laufen, sonst ich muss doch zu dem Typ da hin und den retten gibt's da einen schnelleren Weg? nein, ich muss den Weg nehmen äh, das heißt wirklich mal, nochmal speichern weil es könnte sein, dass ich selbst auf dem Weg dorthin verreck, also wäre das Ungönste was ist das wäre was für Noah und seine scheiß Arche die Halbaffen zählen jetzt eins und eins zusammen bald sind sie hinter mir her ja, ich bin ja schon auf dem Weg zu dir komm ähm, nein, nein das war meine ach so ein Scheiß komm schon schneller, ich muss zu dem Typ und den retten sonst hab ich niemanden mehr der klaut mein Fahrzeug ah, egal sonst hab ich hier niemanden mehr, wo meine Missionen da machen kann nein nein ich muss repariieren hier nein, nein oh man, ist auch kaputt nein, ey wieso kommt die ganze Scheiße noch einmal auf einen zu jetzt muss ich die auch noch reparieren, ey dann nehme ich wieder den ich kann ihn sonst wieder nicht retten weil ich glaube, wenn ich zu lange weg bleibe, dann sterben die aber ich habe so einen langen Weg dann kommen wir noch ich glaube, fünf Fahrzeuge waren es jetzt immer auf mich zu was soll ich da machen, ey äh, ich muss da rüber ist das richtig? scheint so komm, ey, also normal ist das nicht was ist überhaupt hier normal? speichern, ja ich speichere jetzt so oft, wie es geht immer zur Sicherheit nein Raketenwerfe, klar mal ein paar Kurven fahren wenn das seines hilft nochmal speichern nein aussteigen so, jetzt lenke ich den ihr Feuer auf mich könnt sich was praktischerweise nein ja, rennen kannst du auch nicht mehr, gell nein ja wenn ich mir ein Messer in Fuß reinstecke, dann könnte ich noch weniger rennen komm, ey, all meine Waffen sind im Arsch ah, der ist verletzt ah, ich komm da nicht über so eine Scheiße drüber scheiße, ich kann mich nicht bewegen der hat noch gelebt egal, ich muss jetzt erstmal denen helfen da fliegt ne Waffe ist ja geil schau dich das an genial ich helfe dem jetzt heilen 2 ja ich hab genügendes Blitzen noch dabei und dann